Moin moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von YouTubers Live. Ja, und dann könnten wir mal gucken, ob wir jemanden finden, der irgendwie geeignet wäre, vielleicht für unseren Gaming-Kanal. Aber bis jetzt leider noch nicht. Oh, Grace. Dann reden wir doch mal mit der. Der hat nichts drauf. Sie hat nichts drauf. Nichts drauf. Der hat auch nichts drauf. Der hat auch nichts drauf. Der hat auch nichts drauf. Der auch nicht. Und der auch nicht. Achso. Aber die ist schon gut dabei, ne? Doch, doch. Warte schon. Ach, die Kante sind wieder. Ah, verstehe. Diese Kamera hier, ey. Was ist denn los mit der? Okay, aber die haben alle nichts drauf. Ach, das ist die Chaya. Okay, das ist die einzige hier im Gaming-Bereich. Oh, die backt da gerade ein bisschen rum. Okay. Okay. Na gut. Dann gehen wir uns doch mal mit der zufrieden. Achso, Moment. Okay. 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 Wie sieht die denn aus? Ach so. Nee, aber die haben alle nichts auf den Kasten. Ja, dann reden wir mit denen ein bisschen weiter, weil dann würde ich gerne mal jemanden haben, mit dem ich halt aufnehmen kann. Damit die... Jo, check mich doch noch mehr weg. Das ist blöd, dass unsere Frau nicht mit uns zocken will. Ein Freund wie dich zu haben ist großartig. Ich bin... Okay, alles klar. Bis bald. Das passt schon. Okay, das machen wir dann zu Hause. Danke, dass du erschienen bist. Jo, alles klar. Geh in den Saal. Oh, jetzt geht dieses verstörende... Los. Das ist was mega nervig ist. Das sind aber viele Leute. Lass uns sehen, wo wir uns hinsetzen können. Jo, alles klar. Setz mal uns hier hin. Das ist immer schwierig. Das ist immer wichtig. Danke. Ja, ja, du hast Hunger, ich weiß. Ich weiß noch nicht, wo dein scheiß Kühlschrank ist, Junge. Ich geh jetzt. Ciao. Okay, alles klar. Dann gehen wir wieder. Ja, dann verschwind doch mal. Gut. Alles klar, dann haben wir das gemacht, aber wo kriegen wir was zu essen? Ah, warte mal, da ist doch der Kühlschrank. Essen. Hamburger. So, dann machen wir das Video danach. Interview. Ja, ja, ich hab's ja begriffen. Okay, wir haben jetzt das und das und das. Schuh, schuh, schuh. Schuh, schuh, schuh. Schuh, schuh, schuh. Das ist gut. Jetzt laden wir hoch. Es wird durchgerendert. Ja, 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 ich weiß. Jetzt können wir nämlich die... Mh... Grace einladen. Klar, wir werden uns treffen. Hallo! Gemeinschaftsprojekt einladen. Oh, ja, das ist auch ne gute Idee. Boah, ey, diese... Ah, ja, ja. Oh, das muss ich auch noch aufnehmen. Eieieiei. Mein Computer arbeitet. Natürlich. Ähm... Wie, der ist grad hier in Use. Nee, nix kurz. Hä, ich bin grad beschäftigt, weil ich das Video hochlade? Ist der auf Crack oder was? Anscheinend ist es wieder... Es ist wieder ein Bug. Okay, alles klar. Wir müssen mal gucken, wie wir harmonieren und so, ne? Habe ich nicht diese Karten weggemacht? Oh, jetzt ist die Ische wieder da, ey. Unsere Ische. Aber gut. Machen wir so. Müssen wir nochmal gucken, damit wir die wieder... Ähm... Wir haben 5 von 8, dann passt das so vielleicht. Passt auch. Aber meistens sind das ja kürzere Dinger, dann passt das auch. Bam. Okay, ich bin zurück. Was machst du so? Ich habe grad aufgenommen. Weil du ja nicht mit mir aufnehmen wolltest. Okay. Da machen wir es also. Fertig. Okay, dann haben wir 8, 5. Machen wir hier nochmal ausblenden. Ne, warte. Ne, warte. Das machen wir wieder raus. Ähm... Das brauchen wir eigentlich nicht. Das würde ich gerne haben. Und... Das würde ich gerne haben. Und... Das würde ich gerne haben. Und... So, jetzt... Äh... Reden. Reden wir nochmal mit der. Ach, die geht jetzt direkt zum Event, ey. Okay. Okay, passt schon so. Toll. Das ist ja toll. Wunderbar. Ja. Äh... Oh, wir machen ein Interview mit ihr. Bla, 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 bla. Äh... Äh... Die befragte Person hat ein Mikrofon ausgeschaltet. Okay. Die befragte Person antwortet, dass sie ein besserer YouTuber ist als du. Professioneller Kommentar. Es scheint ein Mann, der spontan im Hintergrund schreit. Lustiger Kommentar. Wieso ist das nicht falsch? Also, wieso ist das falsch? Okay, alles klar. Ich werde es zuhause aufnehmen. Reden wir doch ein bisschen mal. Wir haben ja so lange nicht mehr geredet miteinander. Und dann umarmen sie uns. Bla, 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 bla. Bla, bla? Bla, 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 bla. Ich würde ja gerne mal wieder ein bisschen mehr... 384. Hallo. Bla, bla? Ha... 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 Gut. Ähm... 384. Ne. Und? Oh nein, nein, nein. Das ist nicht... Nichts gut. Alter, was ist denn los bei der? Ähm... Die erste Ehe, äh... Beziehungskrise würde ich sagen. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Warum eigentlich? Warum ist das so? Ich krieg dir noch ein kleines Geschenk. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ähm... Okay. 302. Das ist nicht so cool irgendwie im Moment. Oh! 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 311. Okay, also das hilft schon was zu reden, aber wir müssen echt viel reden dann. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, bla. Oh, ich kann's irgendwie auch nicht mehr hören, die ist gelabert. Oh! Oh! Okay, komm, wir gehen da mal rüber. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, bla. Ich geh mich zu den Zimmer. Ah, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla. Oh! Oh! ehrlich gesagt profil ansehen 332 ja gut dann kommen ok, geh mal ok, geh in den Saal, komm wir gehen nochmal rein mein Schneckchen und dann schauen wir mal, irgendwie muss das ja, muss das ja irgendwie eine Info geben nochmal ähm, geh mal hier hin hallo, ich hab schon gedacht, die setzt sich nicht neben mich oh ey, jetzt nochmal dieser Film ey, ok na gut, dann würde ich sagen, äh, was ist erstmal mit der, mit der aktuellen Folge wir schauen jetzt noch diesen geilen Film zu Ende und dann würde ich doch sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Kommentar oder einen Daumen da, damit ich Bescheid weiß wie euch diese aktuelle Folge gefallen hat und dann würde ich doch fast sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Mal, wenn wir diesen Film, über diesen Film gesehen haben genau, das ist genau das, was ich eigentlich sagen wollte noch 20 Sekunden lalalalalala 20 Sekunden noch also manche sachen machen bei dem spiel nicht so viel spaß aber in der zeit könnte oh ja, in der, in der, genau, perfekt bam, aus ich find das geil ok dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal, ich verabschiede mich ja und ja da